Hallo liebe Monogoristen, heute präsentieren wir euch die T-Shirts von Bleed hier auf dem Tisch zu sehen. Fangen wir mal mit mir direkt an. Ich trage ein schwarz-weiß unterteiltes T-Shirt mit sogenannten Dreiviertelärmeln. Ach, das ist aber keck. Ja, das ist wirklich keck. Weißt du, die langen sind dann zu lang und die kurzen sind zu kurz und die Dreiviertel sind genau richtig, die kann man dann so hoch machen. Also das ist das Dreiviertel-Shirt von Bleed. Wir haben aber noch ein paar andere mitgebracht. Zum Beispiel. Sehr schön. Klassisch schwarz. Mit kleinem Aufdruck. Mit kleinem Aufdruck. Da steht was? Ich habe meine Brille. Die Buchstaben sind so zwischendrin. Nicht groß, nicht klein. Also einen sehr schönen Aufdruck. Ja, aber nur vorne. Hinten ist alles schwarz. Ja, das ist einmal das. Hier wird auch kein schwarz. Dann haben wir hier nochmal einmal das Ganze in. Was ist das? Petrol? Ja, hauptsächlich Petrol, würde ich mal sagen, aber mit so ein paar mehrfarbigen Querstarten. Ja, und hier würdest du mal kurz halten. Aber natürlich, wenn man helfen kann. Ja, hier, tata, kleines verstecktes Täschchen. Nein. Glaubst du nicht? Schick. Nr. 3. Ein Kurz-T-Shirt wieder in klassischem Schwarz. Mit Aufdruck. Na, was steht da drauf? Take me down to the paradise city. Und das heißt? Ja, gut. Das wollen Sie mal sehen. Das wird ja schon gewahr werden, wenn er im Englischen aufgepasst hätte. So, schön. In Weiß. Ebenfalls mit Aufdruck. Bleed. Heißt was? Ja, so heißt die Firma. Ja, und was bedeutet das? Ja, aber was ich viel interessanter finde, als was die Firma bedeutet, das zeigt das doch mal gerade den Damen und Herren. Schauen Sie mal hier, was steht da? 100% Baumwolle aus garantiert biologischem Anbau. Genau. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Deswegen ist das bei uns nämlich auch im Shop. Ja, aber weißt du was? Und das fühlt sich geiler an. Sie machen. Ich hab's doch an. Ja, aber das ist noch viel besser. Das kann gar nicht sein. Die sind alle gleich gut. Und ich sehe gerade bei 40 Grad zu waschen. Auch nicht wichtig. Äh, unwichtig. Und man merkt, du bist wirklich patent. Ja, also eine Herausforderung. Haushaltsfragen. So, das waren die T-Shirts vom Beat. Und zu den Nachhaltigkeitsinformationen dazu kommt dann wieder unser allseits bekannter und beliebter Nachhaltigkeitsinspektor. Linus. In diesem Sinne bis bald. Ciao. Ciao.